Und weiter geht's mit Versuch 2 bei Leise auf der Flucht und diesmal ein bisschen effizienzgetrimmter. Ich hab dann doch ein bisschen diesen übligen Katapult-Spam unterschätzt, muss ich sagen. Fangen wir an, gleich für eine richtig ordentliche Produktion zu sorgen. Sklaven bauen wir gar nicht so großartig mehr, wir bauen vor allem sehr viel Holz, um wirklich richtig, richtig schön Anfangsgetreide zu sammeln. Und das ist im Idealfall im sehr großen Maßstab um die Insel rum. Die Produktion ist das Einzige, was wir haben, das darf man nicht vergessen, im größten Teil. So, dann haben wir das. Dann machen wir das Ding mit den Häusern nochmal. Soll ja nicht verkehrt sein. Vielleicht wird das Inselkind diesmal auch größer. Da haben mich die Katapulte so nerven, hauen wir mal den Kornspeicher hier drüber hin. Doppelt. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, sei er. Truppenausbildung wieder hier hin, da hab ich mich jetzt dran gewöhnt. Und dann erste Produktion. Vielleicht auch mal früher auf die Feuerballisten setzen. Und ein bisschen mehr in die Richtung ausbauen, die mir unangenehm ist. Das heißt, wir hauen schon mal die ersten paar Feuerballisten her. Und das so in diesem Bereich, wie wahrscheinlich meine Insel gehen wird. Zum oben. Wir benötigen mehr Gold. Das heißt, mein Grenzschutz. So, dann können wir schon mal festsetzen, wo die Torhäuser liegen. Dann machen wir eins hierher. Eins daher. Und gut ist. Dann wollen wir dabei bleiben, wie wir das letzte Mal hatten. Das heißt, so. Und so. Okay. Ansonsten die normale Burggraben-Geschichte wieder. So. Ja, es wird diesmal wieder ein bisschen größer. Aber jetzt möchte ich mal auch eine größere Industrie aufbauen. Weil das ist dann doch ein bisschen arg deprimierend. Wenn man dann doch so heftig overwremt wird von eigentlich drei. Ja gut, eben ja schon ein bisschen stärker. Aber ab das jetzt... Gut, die Katapulte waren das Schlimme. Ansonsten wäre es ja nicht so schlimm. Aber die Katapulte waren halt wirklich das, was uns total den Rest gegeben hat. Ich meine, mit dem, was ich schwert kämpfe und München... Ich wäre, glaube ich, noch mit fertig geworden. Aber der hat mich so niedergebombt. Das war echt jenseits von Gut und Böse. So, hier mal richtig dick, weil das ist die Front. Egal, ob Osten oder nicht. Das ist die Front. Und ihr habt jetzt viel Spaß beim Bödern. Äh, shit. Steuern erstmal wieder runter. Jetzt geht's dran, das Brot zu backen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Müssen unsere Bäcker nicht enttäuschen. Müssen, äh, dürfen. Baum. Wir dürfen den Baum nicht von seiner noblen Sache abbringen, mir auf den Sack zu gehen. Danke, Baum. Immer wieder willkommen. Alter. Liebtheit. Mal nicht so einen großen Abgang machen, ja? Ihr habt nicht genügend Gold. Das Volk verabscheut euch sein. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ja, kommt mal wieder zurück, bevor man jetzt... ...meine ganze Infrastruktur flöten geht. Hm, ich hatte ein bisschen früher mit dem Anfang der Produktion... Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell hergeht. Ich hätte damit ein paar Monaten mehr im Kopf gerechnet. Leider. Jetzt müsste es eigentlich nach oben gehen, wieder. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Das Volk scheint euch nicht geneigt zu sein, mein Lord. Und ab da haben wir dann auch genug Produktion vorhanden. Wisst ihr was? Ich mache sogar noch eine dritte Mühle. Weil mir danach ist... Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Hm, das wird sich bald ergeben. Französisch und so. Ergibt sich von selbst. Aber wir sind eigentlich eine Antifranzose, von daher... Hm. Hm. Manche Dinge sind dann eben doch nicht so einfach. Ich hätte mich auch Utwin, der Rückspiegelverkäufer nennen können. Es kommen Leute zur Burg. Yes. Törtchen. Norm. Hm. What? Dies gehört hellblau. Hat er auch einen Namen? Ja, hellblau, der Erste. Schon passt. Hm. Ja. Bitte mehr Miel. Danke. Äh, wie es jetzt erstmal alles da ist. Aber jetzt können wir auch mal hier richtig müde Doppelterationen und reinknallen. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, mein Lord. Oh, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, siebzehn. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen mehr Holz. Mal richtig ausgebaut hier. Wir benötigen Holz. Ja, der Brot und keine Bier-Nation ist sonst würde ich ja sagen ausgebraut. Aber nee. Maulai? Nee, einfach Maulai. Es ist halt einfach nur Maulai. Müsst ihr verstehen an dem Punkt. Nein. Nehmt bitte das Torhaus. Wir alle anderen auch. Wir haben ja auch ansonsten nichts. Wir haben nur das Brot. Wir könnten ein bisschen Pech holen. Aber ansonsten haben wir nur unsere Farmland. Und das müssen wir jetzt ausnutzen. Hallöchen, Mönche. Haben wir denn gut gegessen? Ja. Ich merke gerade... ...ziemlich mal hier. Katapulte dürfte ich ja trotzdem beschießen können für den Zeitpunkt. Ich muss einfach mehr... ...auf dem Turmfrontier achten. ...und dann auch eben mit Ballisten noch zusätzlich abdecken. Das sollte dafür sorgen... ...dass da die nötige Verteidigung aufgestellt ist. Für, 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 für. Hm. Das sieht besser aus. Aber wenn wir noch so viele Reserven da haben, würde ich sagen, ist es noch nicht mal so ultra dringend. ...verlust. Jetzt tatsächlich zu sparen. Wir können echt mal ein bisschen was verkaufen, um schnell mal Geld zu machen. Und uns hier zusätzliche Baller-Baller-Liste zu leisten. Und ein paar Bogenschützen dazu. So. Besser. So, jetzt weiß ich aber trotzdem, bis mal das ganze Zeug fertig geschüttet ist. Richtig. Bitte was. So. So, noch ein Häuschen mehr. Da kommen wieder die Mönche in großen Rudeln. Da wissen wir nicht, es sind Rudeltiere. Der war oben. Denkt doch mal nach. Also, denkt bitte mal drüber nach, weil ich weiß es nicht. Hm. Wir haben genug... Wir haben so viel Getreide, dass selbst drei Mühlen nicht hinterherkommen, das zu mahlen. Das gibt's doch nicht. Ich bräuchte schon fast ein zusätzliches Vorratslager. Warum eigentlich nicht? Komm, da würde super eins hinpassen und wir würden nur eine Bäckerei verlieren. Ja, komm da. Jetzt baut er sein Zeug wieder weiter. Das ist doch ein Arschkeks bist du. Na, warte. Jetzt hole ich mir das Zeug. Ah, meine Vögelisten treffen trotzdem Sternblasereien. Gegen ein Torhaus. Hm. Das ist das Maß der Dinge, ja? Ratz! Alter, Falter. Das ist schon fast D-Day hier. Müssen die Mönche bloß noch durch das Wasser robben. Eine Nachricht vom Abt. Ah, meine Truppen lassen mich im Stich. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Eine Nachricht vom Abt. Ich werde euch ein bisschen weiter ausbreiten, bitte. Wenn er tatsächlich mit seinen Katapulten so weit vorgeht, müssen wir dagegenhalten. Das würde ich auch besser treffen können. Weil der geht ja anscheinend auf mein Torhaus. Wenn er auf mein Torhaus geht, dann ist natürlich die Lösung auch die, das Torhaus ein bisschen umzublazieren. Lass das mal ein bisschen weg. Wir machen das nochmal neu. Machen das ein bisschen weiter hinter. Meine Nachricht vom Abt. Das ist tatsächlich bewirkt. Meine Truppen lassen mich nicht weg. Dass er mit den Katapulten nicht so übel heftig reindonnert. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einfach keine Wahl. Wir haben einfach keine Geräte dagegen. Ich bau jetzt zumindest keine großen Türme hier auf. Boah. Das ist aber alles vorbereitet, dass der Werteherr trotzdem hier wunderbar einmarschieren kann. Wo wir es nicht so einfach machen. Das ist jetzt kein Paris. Das ist jetzt kein Paris. So. Komm auch, wenn du bei Emirs kleine Dötelkämpfer da abwehren. Alles ist gut. Balliste bereit, Milon. Balliste bereit, Milon. Die Inseln in der Ausrichtung gehen dorthin. Aber das soll mir ganz recht sein. So. Ach du Scheiße. Also Nahrung haben wir jetzt gerade echt keine Probleme. Da holen wir uns mal das passende Zeich rein. Ich könnte jetzt tatsächlich auch mal mit großen Türmen arbeiten. Aber komm, jetzt machen wir die kleinen. Ein erträglicher Auferlust. Machen wir es wenigstens konsequent so, dass auf beiden Seiten vier Stück sind. Also so. Der Bergfried ist komplett. Hm. So kann man es sich fast gefallen lassen. Komm, dann machen wir einfach noch einen Turm hierher. Dann ist auf der einen Seite eben einer mehr. Das liegt aber auch daran, dass diese Seite länger ist. So. Fertig. Bisschen Holz für Platz wegschaffen. Dann noch überall die Treppen hin. Das wird ja auch so ein Spaß. Machen wir die ganz außen hin, die Treppenzugänge. Das war schön beim Treppensteigen richtig schön ins Wasser reinfallen kann. Oh, die Kinder, sie freuen sich. Runter, 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 runter. Schon mal erwähnt, dass es toll wäre, wenn die Türme einfach einen Zugang unten hätten. Einfach eine Tür oder so. Und da innen ist das Treppenhaus. Das muss ja eh das Treppenhaus drin sein. Ich glaube nicht, dass die Leute den Turm hochklettern. Es ist ein Squid-Style. Gut, warum eigentlich nicht, ne? So. Jetzt muss noch das Backwaren-Imperium weiter ausgebaut werden. Vor allem erstmal mehr Kornspeicher. Geht doch. Ja, geht jetzt eine Getreideproduktion drauf. Ist mir wurscht. Das Backwaren-Imperium wächst und gedeiht. Wie das Getreide, auf dem es basiert. Oh, es basiert, mon dieu. Okay. Ich glaube, das ist ordentlich. Damit kann man was anfangen. So, das bedeutet, jetzt können wir mal ein paar gute Dinge bauen. Über so ein paar Gatten verteilen. Dann noch ein paar andere Sachen, dass es ein bisschen Abwechslung ist. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. So, dann ein paar Becken. Ein paar Waschbecken aufstellen. Vögel, guck, der wartet ja auch sehr auf die Hygiene. Seitdem Günther jetzt erstmal ausgezogen ist. Vor allem einfach, Günther ist erstmal ausgezogen hier. Es war einfach zu viel Wasser in der Gegend. Da reagiert er ein Leergestrauf. Da geht auch immer so ein Juckreiz. Mein Tanzbär, ein Maibaum, dann noch ein Maibaum. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Statuen passen allesamt nicht. Inwiefern sind es Kreuze oder Priesterstatuen oder Ritterstatuen. Das ist so... Jetzt sind wir bei vier. Gut, wir werden die Bevölkerung eh, glaube ich, nochmal erhöhen. Wenn ich mir das gerade so angucke. Von daher geht es vielleicht auf drei zurück. Wenn nicht, dann lassen wir es bei vier. Alter! Boah, hat es mir die... Ich wusste, dass es nicht lange hält, einfach die Bogenschütze so zu lassen. Wir müssen jetzt bemannen. Bemann... Und das Ganze... Be-mannt es. Smogon. Das Pokémon. So. Ich würde sagen, jetzt haben wir eine halbwegs ordentliche Verteidigung. Und eine halbwegs größere Stadt. Genau, rechtzeitig würde ich sagen, wenn ich mir angucke, was da schon wieder angedackelt kommt. Dieser Wahnsinn. Alter, haben wir da Reserven jetzt aufgebaut. Das ist eine ganz andere Liga. So, hier noch ein bisschen. Das wird schon wieder so ein Multi-Angriff, oder? So ein Multipass. Hier kommen jetzt aber endlich mal nah genug ran. Dass man was gegen uns daneben kann, wie er es sagt. Gleich abschießen, bitte. So schnell es geht, bevor die Dinger zu viel Ärger machen. Klatsch! Einfach meine Balliste gewonnen hätte. Danke. Schön. Okay, da werden wir gerade Feuerballisten zerstört. Wird da ein bisschen rot. Weg, bitte. Von wegen hier kriegt man sein Fett weg. Liegt man hauptsächlich Brot. Das kommt Fett, sondern Kohlenhydrate. Eigentlich könnte ich hier auch noch eine Treppe machen. Ein erträglicher Aufwand. Wo machen wir das hier? Äh, höh. Äh, so. Fertig. Okay. Komm, die brauchen wir jetzt nicht damit zu kommen, dass sie nicht angreifen können. Da ist genug Platz. Gut, hier könnten wir noch ein bisschen die Angriffsfläche erhöhen. So, der Emir Hossa hat ja eine neue Burg. Jetzt kommen wir erst mal dazu, die es richtig anzugucken. Hier, Abt kennen wir mittlerweile wieder. Kennen wir auch schon damals von den Specials. Und den haben wir jetzt auch schon oft genug gespielt. Eben hier haben wir beim ersten Mal gar nicht so richtig gesehen. Da ist er schon vorher niedergebrannt. Auf seltsame Wege erweisen. Ich glaube, das war ein Geisterangriff oder so. Hier sehen wir mal. Ja, da hat ein bisschen was zu bieten. Der hat ein bisschen was zu bieten. So, machen wir mal alles lasst nicht voll. Die hinteren Türme mit weniger Punkten schützen, das reicht schon. Hauptsache, es ist überall was drauf. Ein erträglicher Auferlust. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. So, neue Patrouillen. Schützen. Das Volk glaubt, ihr seid von äußerst gutem Wesens, Seier. Dann können wir auch gucken, dass wir ein bisschen mit Möchenböttern rumärgern. Sind wir vielleicht auf kurz oder lang hier vorne so ein Vorposten errichten, um den Emi zu belagern. Weil es geht ja alles, zwangsweise nur über diese Richtung. Es geht alles über diese Furt. Das heißt, die müssen wir auf kurz oder lang kontrollieren, um überhaupt den Emi angreifen zu können. Soll heißen, wir müssen unsere Verteidigung so oder so vorlagern. Und wenn es mit normalen Schützen ist. Und wie kämpfen wir dann gegen den Emi? Er hat zweimal Mangel. Das könnte so ein bisschen unangenehm werden. Wie gut kann man den Emi anzünden? Ja, das ist ja ähnlich, wie ich es noch von der ersten Mission so im Kopf hatte. Man kann ihn sehr, sehr gut anzünden. Aber macht das ein Nisa? Ja, eigentlich. Obwohl, gut, Feuer belüsten. Ne, Feuer belüsten. Da geht was. Da geht was. Und vier. Und ja, Nisa setzt auch Sklaven ein. Auch wenn nur ein paar zum Buggraben aufbudelt. Aber er benutzte. Ich glaube, er zündet mir den auch an. Ich glaube, das hat er auch mal hier in dem Ultimate Deathmatch gemacht, was ich von ihm gegen den Kalif... ...habe laufen lassen. Äh, jetzt haben wir doch ein bisschen... Weiß nicht, Mehl verkaufen ist eigentlich schade. Das sind wichtige Reserven. Also viel mehr Bäcker passen aber leider nicht mehr rein. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 29 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Nur noch ein Jahr mehr und wir hatten 30... Alter Falter. Das sind fast vier volle Produktionen. Fast. Ich meine, wenn wir den Emi hier in die Ecke drängen, dann wird er auch übelst ausgehungert, weil er hat... ...alles, was er in Geld bekommt... ...ja, das gehört dem Abt. Ja, alles, was er in Geld bekommt, ist eigentlich von unten von dem Steinbruch und der einen Eisenmine. ...und den... ...Nahrungsproduktionsgebäuden da. So, fangen wir mal ab. Ja, warum wohl? Wurz, 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 wurz. Das Lustige ist, das ist Folterspam an europäischen Bogenschützen. Selbst der Emi setzt die ja ein. Uh, kurzer Rückzug, weil das wird ein Gemetzel jetzt bei den Britenbogen schützen. Die schießen wir ein Stück zu sehr zurück. Das Volk huldigt euch sein, fließt in die Schatzkammer sein. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, das Volk huldigt euch sein. Von der Nahrung zurückgehen und die Steuern hochsetzen. Steuern, das wird nicht so viel bringen. Komm, gehen wir von der Nahrung lieber zurück. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, das Volk huldigt euch sein. Ich auch keine, das ist plus zwei. Eigentlich viele Meuschelmütter gegen so anrückende Britenbogen schützen zu schicken, um sie schnell wegzumetzeln, ist schon eine Idee. Hm, holen wir uns schon mal ein paar. Werden die auf kurz oder lang brauchen. Schauen wir uns mal ein gutes Curry machen. Habt ihr gehört. Vor allem Holz haben wir mal sich da. Das Mehl geht so langsam wieder in eine ordentliche Richtung. Meine Männer sind gekommen, um in eurer Burg aufzuhören. Oh, so, ja, da kommen sie wieder gleichzeitig. Das ist unglaublich, wie die sich... Ja, genau, das war der Angriff, der mich letztes Mal den Kopf gekostet hat. Komm, gegen Angriff. Was lassen wir nicht zu? Nix da. So, das ist tatsächlich die erste Mission, die einen so richtig hart nehmen kann, wenn man zu lange wartet. Also das mit dem Katapult-Spam, das ist... schon... echt harter Tobak. Tobak, nicht Tubak. Mann. Das ist genau, wie es einem durch den Kopf ging. Was mir auch durch den Kopf gegangen wäre. Und wenn ich euch richtig erzogen habe, dann werdet ihr langsam so denken, wie ich. Hey, ich merke oft genug, wie das abfärbt tatsächlich, meine Denkweisen. Okay. Yay. Dann sind wir ja jetzt endlich da, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, bzw. ja, wo wir letztes Mal unfreiwillig aufgehört hatten. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier tatsächlich meinen manuellen Cut, weil ich tatsächlich noch meine Konzeptenpause machen muss, regelrecht. Ich werde gerade noch mal unterbrochen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir in die Offensive übergehen. Dann ist es tatsächlich mal so ein Dreipater, aber ist sowieso lange her, dass wir wieder Dreiparts hatten. Jetzt zum neuen Kreuzzugmarsch ist das jetzt Premiere. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.